Endlich habe ich die Scheiße mit diesem Spasti erledigt. Nicht mal diesen Benz. Wer ist er denn? Oh nein. Er ist wieder da. Was hat er denn jetzt schon wieder? Bist du eigentlich Busfahrer mit so einer Höhe? Digga, pass auf. Ich weiß, du hast nichts von mir gehört, aber ich habe mal eine Frage an dich. Komm jetzt. Oder was für Busfahrer? Ja, du kannst den LKW-Führer schon... Du hast einen neuen Job für mich. Von Thea? Thea Technics. Digga, selbst die Domoflager hast du gekauft. Alles neu. Jetzt habe ich die Frage, Digga. Kannst du das für mich einmachen? Ja, wie beim letzten Mal. Vor Schausen. Digga, das wird richtig gut. Also, wir müssen hier ein Fahrwerk von Thea Technics bekommen. Danke auf jeden Fall für die Kooperation an der Stelle. Dann habe ich noch ein paar Sachen von Autodeck bestellt. Was machen wir da? Ändern wir da noch? Ein paar Sachen neu. Ja, die ganzen Domlager, was alles zum Fahrwerk dazugehört. Die Domlager vorne, hinten. Ja, das wechseln wir alles einmal nochmal aus. Äh, wie man sieht, das Auto ist. Guck mal von hier. Schaut ziemlich hoch noch. Alles hat original. Und das Queez hier, wenn ich mal film mal hier, damit man es hört. Ja, da ist das Domlager auf jeden Fall durch. Also, das was in der Kiste kann ich dir nicht mehr haben, ne? Das geht ja gar nicht, wa? Nehmen wir die Höhe. Ja. Dann können wir es später haben. Schönen Nachher. Aber Auspuff ist gut geworden. Für alle, die das letzte Video noch nicht gesehen haben. Da ist er. Ist jetzt noch ein bisschen dreckig. Aber... Oh, heiß, Digga. Bei Instagram vorbeischauen. Danke auf jeden Fall nochmal an Fox Extras für die Kooperation. Und ich würde sagen, Digga, du schraubst mir das Ding morgen bis auf den Boden, ja? Das wird auf dem Boden liegen. Mal gucken, wie tief das da kommt, ne? Null Restgewinde. Komm, steig ein. Ich fahr dich zur Werkstatt. Also, Auto morgen tief. Auspuff laut. Aber irgendwie... Die geht es nicht mehr an. Ach! Ach! Da will er, da ist er wieder. Deine Startspiel. Also, morgen kommt das Auto tief. Was kommt danach? Oh, da kommt jemand, Digga. Wir müssen schnell fahren. Danach kommen noch die Felgen. Die liegen jetzt auch schon bereit. Oh, die sind schon zu Hause, ne? Ja. Von Thomason. Geil. Die sind krass, oder? Die sind echt krass. Komplett in Chrom. Mal gucken. Ja, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ja, ja. Wir brauchen noch Reifen. Und... Und... Und eine Spoiler-Lippe kommt. Und eine Spoiler-Lippe. Ja. So eine schöne Zack-Lippe. Ich bin gespannt, wie tief da man kommt. Wir steigen noch mal aus. Wir müssen nämlich noch ein Thumbnail machen, Junge. Ja. Ach, ja. Das gute Funken. Ich hole das Ding jetzt mal hier raus. Warte mal. So. Soll ich euch mal was Geheimes zeigen? Das zeige ich jetzt hier. Ich zeige jetzt das hier im Video. Das ist einfach ein Loch. Einfach mit Fatz ab, ey. Das bleibt geheim. Machst du einen guten Thumbnail, Digga? Ich habe denen was Geheimes gezeigt. Warte, warte, warte. Okay, wir haben jetzt das Thumbnail gemacht. Filmen können wir morgen wahrscheinlich nicht so viel, weil ich bin erst mittags da. Das ist eine Werkstatt von einem Kumpel, aber du kannst vielleicht ein bisschen filmen, ne? Ja, ja. Ich werde ein paar Fotos machen. Kannst du da mal reinschneiden. Wird auf jeden Fall fuschig eingebaut, so wie es sich gehört, ne? Das wird richtig gut, Digga. Was meinst du? Tief kommt das Ausschuss? Nein, ich denke mal... Werde ich einen Low-Wider? Oh, da kommt jemand. Werde ich einen Low-Wider? Ja, guck da auch schon, Digga. Was geht denn jetzt da? Egal. Ich würde sagen, bis morgen. Wir sehen uns. Hau rein. Endlich tief, die Scheiße. Hat das auch TÜV? Nein, scheißegal. Lass mich mal einpacken hier. Zeig dir mal einen Bababend. Was sagst du? Schon nicht schlecht. Null Restgewinde. Restgewinde ist für Pussis. Ja, wir konnten nicht viel filmen, weil das war in der Werkstatt beim Kollegen und da sollten wir nicht filmen. Also nicht so viel. Ja. Ja. Andere Felgen kommen auf jeden Fall noch drauf. Man sieht aber, du meinst du, null Restgewinde ist das, ne? Ja. Ja, hinten müssen wir noch hochschrauben. Und das gibt's also nicht immer. Naja, also, das schleien wir raus. Das schleien wir raus. Ja, jetzt kommen noch die Felgen von Thomas von dort. Ja, von Thomas. Thomas. Aber man sieht das nicht so krass von hier, oder? Guck mal her. Soll ich mal ein Stück fortfahren mit dem Sunset? Ja, mach mal. Okay. Sosa, mach mir eins. Okay, ähm, komm mal rein. Ja, wir konnten jetzt viele Sachen hier schon filmen. Fahrergeschäft verbaut ist, aber wir müssen die alten Felgen verbauen. Warum? Ja, weil die anderen am Dämpfer geschliffen haben. Man zieht da nicht, ne? Ne, ne, hinten und vorne ist nur ein Restgewinn. Hinten sieht's schon böse aus. Vorne geht's. Ja, ja. Danke nochmal an TA Technik für die Kooperation. Äh, du hast ja schon viele Fahrwerke verbaut. Ja, aber Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt gut bei denen. Und man kriegt auch für die Tiefe, also es geht auch ordentlich tief. Und der Einbau war eigentlich auch relativ problemlos. Und jetzt kommt jemand. Egal, er muss vorbeifahren. Warte. Äh, bis zum nächsten Video. Das nächste Video werden die Felgen. Und vielleicht noch eine kleine Spoiler-Leber wollen wir nicht drauf machen. Im nächsten Video zeigen wir auch wieder mehr, wie wir schrauben und so. Das ging in diesem Video jetzt nicht. Ja, bei den Felgen werden wir das auch nicht verzeigen, weil das wird noch ein Kampf. Fikoplatten, Zentierringe und Schrauben, dass das wieder alles passt. Naja. Bis dann, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Und danke an TA Technik. Ciao. Bis zum nächsten Mal.